Schnitt. Hallo Ludmilla. Hallo. Stell dich doch gern einmal vor. Ich heiße Ludmilla Weber. Ich bin seit zwei Jahren bei P&E Gruppe und arbeite als Engineering Operations Analyse. Was sind denn deine genauen Aufgabenbereiche? Ich mache die Performance Analysen von den bestehenden Dintags. Ich überwache anhand von Carada nur mit ihren Performance, Leistung und arbeite dafür, dass sie maximale Power erzeugen und versuchen, in den letzten paar Kilowattstunden herauszufinden. Was war die berühmteste Person, die du getroffen hast? Ich war neulich im Mai, war, das glaube ich, als der König Charles war in Hamburg. Das habe ich ja alle gesehen. Und König Charles und den Steinmeier und die Königin und die alle berühmten Personen, die da waren. Wer hat dich am meisten beeinflusst, was deine Arbeitsmoral angeht? Ich glaube, ich habe mich nicht selber beeinflusst. Oder Arbeitsklima grundsätzlich im Unternehmen zusammen. Welches ist dein Lieblingsgesellschaftspiel? Folio natürlich. Das sorgt für viel Unterhaltung. Sprichst du noch weitere Sprachen? Wenn ja, welche? Ich spreche Deutsch, Russisch, Weißrussisch, Englisch. Ich danke dir, Ludmilla. Danke.